Freunde des guten Geschmacks, willkommen zu einem neuen Video von Tasty Bits. Heute zeige ich euch ein Rezept für wunderbare Burger Buns, also Hamburgerbrötchen, die im Ofen richtig luftig aufgehen und perfekt für eure nächste Burger Party geeignet sind. Wir beginnen zunächst mit einer Rührschüssel und einer Küchenmaschine. In diese Rührschüssel gebe ich jetzt einen Würfel frische Hefe. Das ist ein Würfel A42 Gramm. Ich würde euch auch empfehlen, auf jeden Fall frische Hefe zu nehmen und keine Trockenhefe, da der Teig dann besser aufgeht. Dazu gebe ich 150 Milliliter lauarmes Wasser und das Ganze wird jetzt entweder mit einer Gabel oder mit einem Schneebesen oder auch mit dem Knethaken von der Küchenmaschine gut verrührt. Lass das Hefewasser jetzt so für fünf Minuten stehen, damit es schon mal ein bisschen anfangen kann zu gehen und dann gibst du einen Esslöffel Zucker mit dazu. Außerdem kommen 100 Milliliter Milch mit dazu, da habe ich eine ganz normale Vollmilch verwendet. Und damit unser Briocheteig so ein bisschen mehr Bindung, ein bisschen mehr Volumen und ein bisschen mehr Luftigkeit bekommt, gebe ich noch ein Ei mit dazu. Außerdem darf natürlich unser Mehl nicht fehlen. Ich habe ein Weizenmehl Typ 550 verwendet. 500 Gramm davon kannst du aber auch gerne einen Typ 405 verwenden. Und zum Abschluss außerdem noch 80 Gramm weiche Butter. Achte darauf, dass ihr möglichst nicht direkt aus dem Kühlschrank kommt, sondern wirklich ein bisschen weich geworden ist. Dann noch 10 Gramm Salz und das sind alle Zutaten für unseren Teig. Du kannst dir jetzt einen Knethaken schnappen und den Teig bei niedriger Stufe, ich denke mal so fünf bis sechs Minuten, zu einem geschmeidigen Teig verrühren. Meine Küchenmaschine kann das tatsächlich mit einem Hefeteig nur auf niedriger Stufe, aber wenn das bei dir anders ist, dann mach das gerne. Wenn der Teig dann geschmeidig geworden ist, dann kannst du ihn rausnehmen und jetzt ist es Zeit für die Teigruhe. Wer darf jetzt eine Stunde abgedeckt ruhen, beispielsweise unter Frischhaltefolie oder mit einem Deckel. In der Zwischenzeit, da kannst du dich schon mal um die Glasur für die Burger Buns kümmern. Dazu nimmst du ein Ei, gibst es in eine Schüssel und vermengst es dann mit, ja ich sag mal ungefähr drei Esslöffeln Milch. Ich möchte hier nochmal ein, zwei Sachen zu sagen, denn wichtig ist es, dass du diesen Schritt schon vorher machst, denn die beiden Zutaten sollten auf jeden Fall Zimmertemperatur haben. Warum das so ist, das verrate ich dir gleich, aber jetzt nimmst du dir erstmal eine Gabel und verrührst diese beiden Zutaten gut miteinander. Wenn dein Teig dann eine Stunde gegangen ist, dann gibst du ihn auf eine bemehlte Arbeitsfläche, knetest du ihn nochmal so ein bisschen durch. Er sollte schön geschmeidig sein, falls er sich schlecht verarbeiten lässt, gib ein bisschen Mehl dazu und teile ihn in zehn gleich große Teile. Je nachdem, wie genau du hier arbeiten möchtest, kannst du gerne eine Küchenwaage zur Hilfe nehmen. Ich habe hier einen Teiglinger A 90 Gramm portioniert, aber du kannst das auch gerne so ein bisschen rustikaler nach Gefühl machen, das ist auch gar kein Problem. Wenn du deinen Teig dann geteilt hast, dann nimmst du dir jeden einzelnen Teigling und rollst ihn hier auf so einer leicht bemehlten, aber nicht zu stark bemehlten Arbeitsfläche zu einer runden Kugel. Dann gibst du ihn einmal so ein bisschen ins Mehl, damit er dir gleich nicht an den Händen klebt, denn wir drücken ihn jetzt mit der Hand ein bisschen platt. Wir wollen hier so einen runden, möglichst runden Burger-Teigling bekommen. Gib das Ganze jetzt auf ein Backblech oder ein Gitterrost mit Backpapier und verfahren natürlich mit dem restlichen Teig auch so. Mehr als sechs Burger Buns würde ich nicht backen pro Backblech, weil sonst könnte es passieren, dass sie aneinander kleben. Einfach abdecken jetzt und dann eine Stunde nochmals ruhen lassen. Und du siehst, jetzt ist der Teig richtig schön aufgegangen. Der Teig hat die Form angenommen von den späteren Burger Buns, sie gehen im Ofen noch ein bisschen mehr auf. Bestreiche sie jetzt mit dieser lauwarmen Mischung aus Ei und Milch. Wichtig ist, dass diese Mischung lauwarme ist, beziehungsweise dass sie Zimmertemperatur angenommen hat, weil sonst könnte es passieren, dass dein Teig durch den Temperaturunterschied zusammenfällt. Ja, wenn du dann alle Teiglinge bestrichen hast, dann können wir sie gerne auch verfeinern mit ein bisschen Sesam. Ich habe hier ganz normale Sesam-Saat verwendet. Du kannst aber auch gerne schwarzen Sesam nehmen, das sieht dann auch ganz schön aus. Und jetzt sind deine Burger Buns bereit für den Backofen. Den hast du idealerweise natürlich schon mal auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Schieb die vorbereiteten Burger Buns jetzt in den Ofen und lass sie für 14 bis 16 Minuten backen. Dabei achte immer mal ein bisschen darauf, dass sie nicht zu dunkel werden, aber du siehst, sie gehen hier richtig schön auf im Ofen. Dann kannst du sie herausnehmen und abkühlen lassen und dann natürlich genießen mit leckeren Beilagen deiner Wahl. Ich bin auf jeden Fall gespannt, in dem Kommentar zu hören, was du am liebsten mit deinem Burger Buns machst oder welche Belege du am liebsten drauf haust. Lass mich das gerne mal wissen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachbacken und sag bis bald im nächsten Video.